Den Düsseldorfer Raum, also das Tee kenne ich eigentlich nur von Performances, die ich dort gesehen habe. Aber der Raum ist komplett anders als dieser hier. Wir haben hier eine ganz klare Funktionsarchitektur, die aber aus einer anderen Funktion kommt, während der andere Raum ganz klar ist ein klassischer Performance. Hier ist schwarz, eine rechteckige Fläche im Grunde genommen. Es wird einfach diese Form von Peripherie, diese Form von Zentrum, diese Form von sozusagen Spannung über die Achsen usw. wird es dort alles nicht geben. Wenn du so willst, kann man auch sagen, die Performer werden sehr stark immer in einem Raum sein. Alle viel stärker als hier, ausgesetzt auch in einem Raum. Und natürlich ist das, ich glaube, das ist deshalb sehr bedeutsam in diesem Projekt, weil man schon, glaube ich, den Versuch von Claudia auch so beschreiben kann, dass man sagen kann, okay, was sie versucht, ist eigentlich einen Raum als Handlungs- und Sprechraum und Wahrnehmungsraum, sozusagen radikal-relational zu denken. Man kann sagen, okay, ein Raum ist immer radikal-relational, aber in dem Fall reden wir über eine Rahmung, also wir reden über eine Struktur, die gesetzt ist und die sozusagen als Angebot gemacht wird. Und ein Raum, der sich so stark, sozusagen prinzipiell-relational definiert, wird die gesamte Struktur dieser Arbeit verändern, in dem Moment, wo eben dieser Raum grundsätzlich wechselt, oder die Art dieses Raumes grundsätzlich wechselt.